Produzieren Sie Boxen, Becher, Deckel oder andere IML-Produkte. Sind Ihre Ziele null Fehler bei Ihren verpackten Produkten und keine Kategorisierung fehlerfreier Produkte als Ausschuss und ein maximaler Output Ihrer Produktionsanlagen? TriVision hat das ultimative Qualitätsinspektionssystem entwickelt, den TriVision Packaging Inspector. TriVision hat in enger Zusammenarbeit mit Superfoss ein hochmodernes Qualitätsinspektions- und Qualitätssicherungssystem entwickelt. Dieses System sorgt dafür, dass praktisch alle mangelhaften Produkte zurückgewiesen und alle fehlerfreien Produkte verpackt und an die Kunden geliefert werden. Außerdem hilft das System ein, den Produzenten die Produktionsanlage in einem optimalen Betriebszustand zu halten. Das können Sie erwarten. Erkennung von Umspritzungsfehlern an Verbindungsstellen und in Ecken. Barcode-Kontrolle. Erkennung von Grafikfehlern wie falsches Etikett, Text- und oder Farbabweichungen, falsch platzierte oder fehlende Etiketten, Etiketten mit Löchern, Knicken etc. Das Teach-in für neue Produkte ist ganz einfach. Ein vollständiges Teach-in für ein neues Produkt dauert weniger als 5 Sekunden. Und natürlich können Sie zwischen verschiedenen Größen wählen. Der Barcode kann beliebig platziert werden. Sie erhalten benutzer-spezifische Toleranzen für Zurückweisungskriterien wie Größe der Umspritzungsfehlers, Kontrast des Umspritzungsfehlers, Größe des Etikettenplatzierungsfehlers, Größe der Unter- und Überdosierung, Toleranzen für Länge und Breite der Produkte, Barcode-Evaluierung. Selbst ein perfektes Qualitätssicherungssystem ist keine Garantie für eine lückenlos perfekte Produktionsanlage. Gleich wichtig oder noch wichtiger ist es, eine Höchstzahl an perfekten Produkten zu produzieren. Der Parketing-Inspektor ist mit einer grafischen Echtzeit-Statistikfunktion ausgestattet, bei welchem jeder Etikettierfehler visuell dargestellt wird. Der Etikettierfehler ist direkt mit der jeweiligen Kapitätenwerkzeug verbunden. Mit einem einzigen Blick kann der Bediener die Fehlerstatusübersicht für alle Kapitäten überprüfen. Wenn ein Fehler entdeckt wird, kann die Fehlerart durch Inspektion der aktuellsten Fehler in dem betreffenden Kapitätenwerkzeug schnell identifiziert werden. Außerdem zählt der Parketing-Inspektor die Zahl der ausgeworfenen Produkte. Das ermöglicht die Vermeidung von Überlauf im Auswurfbehälter. Der Benutzer entscheidet, wie viele Boxen der Auswurfbehälter maximal enthalten darf. Falsche Zuordnung, wenn eine Änderung des Produkttyps nicht so läschig ist. Halbgefüllte Behälter werden durch Neue ersetzt und der Benutzer muss die Typänderung bestätigen. Das System wird selbstverständlich von dem schnellen und direkten Online-Support bei Remote Desktop unterstützt. Online-Aktualisierung jedes System kann direkt durch VPN unterstützt werden. Zu den größten Vorteilen des Systems gehört ja, dass wir direkten Support von TriVision in Odens erhalten, weil alle Anlagen online sind. Wir können eine Mail an TriVision schicken oder dort anrufen, wenn wir ein Problem nicht selbst lösen können, dann lösen die das Problem über eine Fernverbindung. Sehr servicefreundlich. Wir meinen jedenfalls, dass wir ein sehr gutes Produkt erhalten haben, das äußerst übersichtlich und leicht zu benutzen ist. Es ist leicht zu programmieren und lernschnell. Insgesamt ist das für uns ein sehr flexibles und benutzerfreundliches System. Ich bin einfach zufrieden damit. Wie gesagt, ist die IML-Produktion in ständiger Veränderung. Daher müssen wir auch in Zukunft unsere Anlage weiterentwickeln. Und das ist von vornherein berücksichtigt. Es gibt also jede Menge Flexibilität und Entwicklungsmöglichkeiten. Dies ist die Zukunft. Daran gibt es keinen Zweifel. Der TriVision Packaging Inspector ist ein einmaliges Werkzeug zur Sicherstellung von hoher Qualität und hoher Produktionsausbeute. Und die Bedienoberfläche ist in einer englischen und in einer deutschen Ausgabe verfügbar. Das ist die Zukunft.